Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um Mining bzw. Proof of Work und ja, das ist sozusagen die Lösung für das Double Span Problem, die sich Bitcoin angelacht hat. Das heißt, die wird im Bitcoin-Netz verwendet und ja, wir wollen heute ganz grob klären, was das ist. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das Double Span Problem ist, dann solltet ihr euch dringend letztes Video anschauen, denn das erklärt das Ganze. Heute geht es nur um sozusagen die Lösung dafür, für dieses Problem und eine von vielen Lösungen ist das Mining bzw. Proof of Work, wie es eigentlich heißt. Es gibt allerdings auch Alternativen wie Proof of Stake, Proof of Capacity oder Proof of Authority und es wird wahrscheinlich demnächst noch weitere Lösungsansätze dafür geben. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es, wenn es dieses Double Span Problem nicht gäbe, dann müsste man auch kein Mining betreiben. Das heißt, da wäre das dann alles komplett überflüssig und das ist wirklich, wirklich beeindruckend, dass man das alles nur für dieses, in Anführungsstrichen, kleine Problem braucht. So, was bedeutet Mining bzw. was ist Proof of Work? Im Bitcoin-Netz wird alle 10 Minuten ein neuer Block erschaffen und ja, wir sind jetzt hier relativ weit am Anfang. Wir haben jetzt hier Block 3 aktuell, der gerade erschaffen wird. Und wie ein neuer Block erschaffen wird, ist eigentlich relativ simpel. Die Miner, das heißt einfach jeder, der so einen Mining-Client laufen lässt, das ist einfach eine Anwendung, die Sachen berechnet, der nimmt sich einfach aus dem Mem-Pool, da sind einfach alle Transaktionen drin, die ins Bitcoin-Netz veröffentlicht wurden. Also ihr habt ja schon in den letzten paar Videos erfahren, wie Transaktionen eigentlich ins Bitcoin-Netz reinkommen. Und ja, in den letzten paar Videos, wie gesagt, haben wir das geklärt. Dieses Mal nimmt sich einfach einer von diesen Minern mehrere Transaktionen aus dem Mem-Pool raus. Da sind wie gesagt einfach alle Transaktionen drin. Und der schnappt sich dann einfach so viele Transaktionen, wie er vom Platz her, also ein Block darf aktuell nicht mehr als ca. 1,4 MB sind es glaube ich, darf er nicht haben. Und ja, so lange kann er natürlich einfach Transaktionen wählen, das heißt er steckt die da einfach rein in den Block und natürlich den Hash-Wert von Block 2 steckt da rein. Das haben wir euch auch schon geklärt. So muss einfach die Blockchain aufgebaut werden und dann gibt es eine Nonce. Die habe ich bislang unterschlagen, weil man die tatsächlich nur wegen dem Mining braucht. Und diese Nonce ist eine Number-Only-Once. Das bedeutet so viel wie, dass es irgendeine Random-Zahl ist. Völlig egal, was das für eine Zahl ist, der Block ist trotzdem gültig. Aber diese Zahl führt natürlich auch dazu, je nachdem was für eine Nonce wir wählen, dass sich der Hash-Wert immer ändert. Und ja, die Aufgabe von den Minern ist es jetzt, einen gewissen Hash-Wert zu berechnen. Und zwar einen Hash-Wert, der kleiner ist als die Difficulty. Von der Difficulty habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, das ist sozusagen die Anzahl oder die Schwierigkeit, deswegen auch Difficulty, wie schwer das Mining an sich ist. So, und jetzt nimmt man einfach diese Nonce und probiert da einfach irgendwelche zufälligen Werte aus. Und dann kommt man irgendwann auf einen Hash-Wert von Block 3, der kleiner ist als die Difficulty. Und sobald man so einen Wert gefunden hat, ist der Block gültig. Das heißt, der Hash-Wert muss kleiner sein als eine gewisse Zahl. Und das ist Proof of Work. Weil es ist natürlich nicht einfach, so einen kleinen Hash-Wert zu finden. Das heißt, aktuell muss man mehrere Nullen am Anfang finden von diesem Hash-Wert. Zum Beispiel, sagen wir mal 10 Nullen am Anfang. Und ja, das heißt sozusagen, der Hash-Wert muss ziemlich, ziemlich klein sein. Und damit man so einen kleinen Hash-Wert findet, muss man sozusagen extrem viele Nonces ausprobieren. Man hat immer eine kleine Chance, dass man so einen Hash-Wert findet. Und wenn man eben so einen Hash-Wert findet, dann hat man es sozusagen geschafft. Und ja, die Difficulty wird alle 24 Stunden neu angepasst. Das bedeutet, jede 24 Stunden wird geguckt, okay, wie viele Blöcke hatten wir in den 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden. Sind wir zu schnell? Also haben wir mehr als alle 10 Minuten einen neuen Block? Oder sind wir zu langsam? Also haben wir weniger als alle 10 Minuten einen neuen Block? Denn wenn mehr Miner anfangen, in dem Bitcoin-Netz zu minen, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwann jemand einen Block findet, der gültig ist. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt hier sehr, sehr viele Miner dabei sind, dann brauchen wir natürlich eine höhere Difficulty. Denn wir müssen immer noch alle 10 Minuten einen neuen Hash-Wert, äh, einen neuen Block generieren. Aber nicht häufiger und auch nicht seltener. Das ist der Witz da dran. Es sind immer alle 10 Minuten, egal ob ich jetzt hier alleine mine mit nur meiner CPU oder ob aktuell, wie es gerade ist, ähm, gefühlt, beziehungsweise was heißt gefühlt, 0,16% des weltweiten Stromverbrauchs in Bitcoin-Mining reingehen. Also ist völlig egal, ob ich jetzt hier alleine mine oder ob 100.000 Geräte, die nur darauf ausgelegt sind, Bitcoins zu minen, ähm, ob die jetzt da dran beteiligt sind. Ähm, alle 10 Minuten gibt es einen neuen Block und dann wird eben die Difficulty angepasst. Ja, ähm, damit das eben bei allen 10 Minuten bleibt. Und das ist ungefähr Mining. So, wie löst das jetzt unser Problem vom letzten Mal? Unser Problem vom letzten Mal war folgendes. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Alice hat sich zuerst bei Bob was gekauft. Das war, soweit ich weiß, noch ein, ähm, Mikroskop. Und dann hat sie mit demselben Geld, aber zu einem früheren Zeitpunkt einfach, hat sie, also sie hat sozusagen hier gesagt, hey, Block 1338, an dem ich das Geld an Bob überwiesen habe, ist nie passiert, ich gehe jetzt her und überweise einfach das Geld hier neu und erschaffe einfach einen neuen Block 1338 und dann noch einen Block 1339, dann wird der Block 1338 hier als ungültig angesehen, weil das die kürzere Kette ist und anschließend fangen alle wieder an, hier drauf zu meinen. Das heißt, Bob wurde sozusagen um sein Geld betrogen. So, jetzt, wie löst dieses Ding hier unser Problem? Naja, jetzt hat Alice das Problem, wenn sie dieses Double Spend auch wirklich anwenden möchte, dann muss sie schneller meinen als alle anderen, weil alle anderen meinen ja auf diesem, also sie hat die Transaktion an Bob hier im Block 1338 und erst wenn Bob diesen Block hier sieht, weiß er, dass das Geld bei ihm angekommen ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn Bob diesen Block hier noch nicht sieht, dann wird er ihr dieses Mikroskop nicht schicken. So, und wenn jetzt also Bob hier wartet, bis er diesen Block sieht, dann sind wir hier einen Block weiter. Alice muss jetzt hier auf Block 1337 wieder weiter meinen, das heißt, sie muss den Block 1338 neu erschaffen und den neuen Block 1339 in der Zeit, wo die restlichen Miner hier den Block 1339 nur erschaffen. Das heißt, sie muss doppelt so schnell sein wie alle anderen Miner zusammen und das bezeichnet man als Konsensus-Attack. Das heißt, man braucht mehr als 50% der Kapazitäten, also mehr als 50% der Mining-Power von allen Minern überhaupt und das ist im Bitcoin-Netz quasi nicht mehr möglich. Das würde mehrere Milliarden kosten, so viele Mining-Geräte überhaupt anzuschaffen und ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendein Stromkraftwerk schaffen kann, sowas allein zu machen. Das heißt, man müsste hier so viel investieren, dass es alles einfach nicht möglich ist. So, also zumindest nicht ohne weiteres möglich. Klar, man kann es machen, dann wäre das Bitcoin-Netz komplett im Arsch, weil das kann das Bitcoin-Netz nicht ertragen sozusagen, aber die Investitionskosten sind so hoch, das würde eigentlich keiner machen, weil er es auch tatsächlich einfach nicht schaffen kann. Okay, das bedeutet, wir haben sozusagen das Double-Spend-Problem damit gelöst, dass die Investitionskosten, um dieses Double-Spend-Problem durchzuführen, einfach viel zu hoch sind und Alice keinen Bock mehr darauf hat und lieber ihre 100 Euro nicht zweimal ausgibt, sondern sich halt wirklich beide Sachen getrennt kauft. Und das ist ein Lösungsansatz, wie man das hier machen kann. Es gibt natürlich noch Feinheiten beim Mining, die habe ich jetzt noch nicht erklärt. Zum Beispiel, was ist eine Coinbase-Transaktion, was sind Fees und so weiter und so fort. Und dazu kommen wir dann im nächsten Video. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns. Bis dann. Ciao.